Hallo und herzlich willkommen beim Kraftfahrkonsol. Heute sind wir wieder im Bereich Motorräder unterwegs. Heute haben wir mal ein Moped ausgefasst, was schon lange, 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 also lange, zumindest so lange es diese Maschine gibt, bei mir auf der Wunschliste steht. Wir haben auch schon ein kleines Teaser-Video dazu gemacht. Heute können wir endlich den neuen 400er Motor von Triumph ausprobieren. Wir sind gefahren die Triumph Speed 400. Und wer jetzt nicht weiß, was das ist oder wie das aussieht, da schauen wir uns direkt erst mal ein paar passende Bilder dazu an. Bis gleich! Wut Wut Do Wir Wut W ту Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, da sind wir wieder. Das sah doch gar nicht so schlecht aus. Das Motorrad haben wir freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen von Triumph Bonn. Wer sich das mal selber live anschauen möchte oder wer irgendein andere Triumph haben möchte, schaut bitte mal bei Stefan Baldauf und seinem Team vorbei. Wirklich super nette Leute. Wir werden da immer sehr herzlich empfangen. Es ist eine tolle Location. Man trifft wirklich auch tolle Leute, motorradverrückte Leute. Und ich war jetzt, als ich das Moped zurückgegeben habe, war ich morgens da und da hast du gesehen, wie auch alle Schirme im Moped da eingerauscht sind. Also da versteht man wirklich was von seinem Handwerk. Genau. So, worum geht's? Triumph Speed 400. Haben wir schon drüber gesprochen. Unser wunderschönes Motorrad war in der Farbe Karneval Red Storm Grey. Das sind immer so Zweierfarbkombinationen. Es gibt noch Phantom Black Storm Grey und Caspian Blue Storm Grey. Das Ganze kostet... Ne, das verrate ich euch noch nicht. Das erzähle ich erst gleich. Ne, ich verrate's euch jetzt schon. Das Fahrzeug kostet, so wie ihr das hier seht, abzüglich der Lenkerendenspiegel... Ich glaube, das ist das Einzige, was da an Zubehör drauf ist. 5.345 Euro. Ich wiederhole das nochmal. 5.345 Euro. Es gibt noch die Scrambler 400X. Die ist ein bisschen teurer. Die kostet knapp 6.050 Euro oder sowas. Gefällt mir persönlich ein bisschen besser. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch in einem anderen Video, uns die auch mal anzugucken. Jetzt geht's erstmal um die Triumph Speed 400. Und steigen wir direkt ein. Steigen wir beim Motor ein. Weil das ist wirklich eigentlich schon auch, neben vielen anderen Dingen, aber eigentlich das Highlight von dieser Maschine. Jetzt denkt man natürlich, okay, was ist eine 400 Kubik Maschine? Und der spricht von Highlight? Ja, ich spreche von Highlight. Ich erzähle erst mal ein paar technische Features von dem Motor. Das ist ein 398 Kubik Zentimeter großer Einzylinder-Motor. Wir haben eine Bohrung von 89 Millimeter und einen Hub von 64 Millimeter. Verdichtungsverhältnis 12 zu 1. Wir haben eine Nennleistung von 40 PS oder 29,4 kW bei 8.000 Umdrehungen und ein maximales Drehmoment von 37,5 Newtonmeter bei 6.500 Umdrehungen. Das alles klingt jetzt erstmal nicht so wirklich spannend. Achso, was wir vielleicht noch zu dem Thema haben. Wir haben eine Anti-Hoppy-Kupplung. Das ist jetzt bei so einer kleinen Kuvertür eher mal ungewöhnlich. Aber ja, wir haben eine drin. Und ja, so unspektakulär sich das anhört, so spektakulär fährt sich das da eigentlich. Ich habe geschrieben, selten hat mich ein Motor so beeindruckt wie dieser kleine 400er. Man muss das ein bisschen einordnen. Natürlich, wenn man das jetzt vergleicht mit dem 1200er High Power von Triumph oder was weiß ich nicht was. Das kann man einfach nicht vergleichen. Aber ich sage es immer wieder aufs Neue, gerade wenn es um diese kleinen Motoren geht. Es ist wichtig, wie ein Motor seine Leistung abliefert. Und das ist das, was spannend ist. Es gibt Motoren, die haben viel mehr Leistung und wirken aber subjektiv langweiliger. So, und wenn ich aber einen Motor habe, der so witzig und so spannend aufgebaut ist wie dieser hier, dann ist es einfach eine tolle Geschichte. Und deswegen erzähle ich euch schon ein bisschen was davon. Zumal ich aktuell auch einen relativ guten Vergleich im Einzylinder-Business habe, weil ich habe mir ja selber eine gekauft. Ich habe eine KTM 96 Duke. Mark IV ist es, glaube ich. Genau, Mark IV, Baujahr 2014, 68 PS, 690 Kubik. Und ich bin relativ viele von den 350er Royal Enfields gefahren. Also da haben wir dann so die ganze Bandbreite. Und die Triumph sortiert sich irgendwo dazwischen ein. Und ehrlicherweise hat die auch ein bisschen was von beiden Motoren. Wobei sie ein bisschen mehr von der KTM hat als von der Royal Enfield. Aber da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Es ist schon spannend. Bei niedrigen Drehzahlen verhält sich der Motor aus Hinkley oder aus Chakan. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Da steht nämlich die Bajaj-Fabrik, in der das Motorrad gebaut wird. Genau das Motorrad wird in Indien gebaut, wie so viele andere Motorräder auch. Oder wie so viele Komponenten auch. Also da darf man jetzt nicht die Nase rümpfen, finde ich zumindest. Weil da ist rein fertigungstechnisch, zumindest soweit ich das beurteilen kann, ist das alles tip-top, ist alles super zusammengebaut. Der Motor hat, naja gut, so viel bin ich nicht mit gefahren. Aber hat einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Und ja, wie verhält sich der Motor? Ich habe den Faden verloren, schon wieder. Der Motor verhält sich in niedrigen Drehzahlen, als ob das ein Mehrzylinder wäre. Also ob das ein Zweizylinder oder ein Dreizylinder oder ein Vierzylinder. Warum sage ich so einen Blödsinn? Der Motor lässt sich mit so tiefen Drehzahlen fahren, ohne dass er irgendwie anfängt, sich störrisch zu verhalten, ohne dass er auf der Kette rumhackt. Wir fahren im vierten Gang mit 30, 35 durchs Örtchen. Das geht auf der KTM nicht. Da musst du jetzt schon im zweiten fahren, sonst hackt ihr das. Und selbst wenn es noch weiter runter geht, guck dir das an, es läuft einwandfrei. Also ich weiß gar nicht, wie die das machen bei einem Einzylinder, der so, so jetzt ist irgendwann Schluss. Jetzt fängt er irgendwann ganz leichtes Hacken an, aber auch nur ganz leicht. Also das ist eine sehr schöne Motorcharakteristik, gerade auch wenn man in der Stadt unterwegs ist, wo man ja häufiger in so niedrigeren Geschwindigkeitsbereichen unterwegs ist. Das kann man schon wirklich machen. Ich war jedes Mal wieder überrascht, mit wie wenig Drehzahl man das Fahrzeug durch die Ortschaft fahren kann, bevor es dann wirklich anfängt. Ihr kennt das, wenn der zu niedrig untertourig fährt mit einem Einzylinder oder mit einem Zweizylinder, geht es so, tack, 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 tack. Hat der nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann es nicht, auf dem Display konnte ich es nicht erkennen, aber 2000 Touren, vierter Gang, 40 kmh in der Stadt, geht, kein Problem, funktioniert. Natürlich, wenn du dann am Ortsausgang aufreist, passiert nichts. So, da musst du dann schon auch wieder schalten. Aber es geht, mach das mal mit der KTM. Mit dem Motor kannst du das vergessen. Mit dem KTM-Motor muss man gefühlt immer einen Gang niedriger fahren, als man eigentlich fahren möchte, weil er sonst sofort das Hacken anfängt, weil er sofort unrund läuft, nicht schön läuft, Kupplungseinsatz in Spitzkehren und solche Geschichten. Das hast du bei der Triumph, hast du das einfach nicht. Der Motor ist untenrum wirklich, wirklich spannend. Ja, gehen wir weiter, die Drehzahlreise Richtung Gipfel. Irgendwann fängt das Ganze dann an, sich zu verhalten wie ein ganz normaler 400-Cubik-Motor mit 40 PS oder wie man sich das halt einfach vorstellt. Also das tuckert so vor sich hin, das dreht auch schön, das Drehzahlband drauf. Das funktioniert, alles wunderbar und man denkt sich so, ja, da ist er ungefähr so ein bisschen wie der Motor von der Royal Enfield, wobei der natürlich durch diese langen, hubigen Auslegungen mehr Punch von unten hat, aber der hat auch einfach 20 PS wenig. Also ist das irgendwie so in der Richtung. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und dann denkt man schon, okay, alles klar, das war's jetzt. Und dann zündet der Motor einfach mal die zweite Stufe. Und da hatte ich zuerst aufgeschrieben, der Motor verhält sich ein bisschen wie ein Zweitaktmotor. Das muss ich natürlich ein bisschen in den Kontext bringen. Ich weiß nicht, wer von euch Zweitaktmotoren noch gefahren ist. Bei mir sind es hauptsächlich die kleinen gewesen, also so bis 250 Kubik. Mehr bin ich nicht gefahren an zweitaktenden Maschinen. Aber die hatten immer untenrum wenig bis gar nichts so und dann so eine sehr spitze Leistungscharakteristik. Und oben raus, wenn man die richtig gedreht hat, kam dann auch richtig Power noch raus. Und witzigerweise ist das bei dem Triumphmotor genau das Gleiche. So bei 6.500 Touren, wenn die anliegen, dann kriegt der Motor sein zweites Gesicht. Dann dreht der nochmal richtig auf. Das ist zufälligerweise auch der Bereich, wo das maximale Drehmoment anliegt. Und dann dreht man den Motor bis auf 8 raus. Da liegt die maximale PS-Zahl an von 40 PS. Dann geht es immer noch weiter. Also der kann, glaube ich, bis 10.000 Umdrehungen drehen. Zumindest laut Drehzahlmesser würde ich nicht machen. Bringt auch nichts mehr. Klingt dann auch ein bisschen gewirkt, ehrlich gesagt. Aber in diesem Drehzahlbereich zwischen 6,5 und 8, 8,5, so die Richtung, kann man es richtig fliegen lassen. Das ist unglaublich. Ich konnte mir das wirklich nicht vorstellen. Also man hat einen ganz humanen, ganz entspannten Motorcharakter, der auch für Anfänger geeignet ist, der niemanden erschreckt, wo man sagt, gut, da fahre ich durch die Gegend, alles wunderbar. Aber wenn man es dann wirklich ein bisschen wissen will und man dreht einfach weiter und kommt dann auf die 6,5, so auf diese Spitze, das ist großartig. Das ist einfach großartig. Der Motor ballert raus. Das sind 400er, ne? Aber das ist wirklich, das hat mich sehr beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Also ich hätte das nicht erwartet. Und man ist ja immer dann von etwas beeindruckt, wenn es sich anders verhält, als man das selber persönlich erwartet hatte. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist so ein bisschen der Sound. Grundsätzlich im Stand und beim Losfahren und so klingt das alles noch relativ cool. Aber wenn man den dann so hochdreht, dann klingt es auch schon ein bisschen angestrengt. Also es klingt nicht kaputt oder so, ist alles okay, aber man merkt schon, ja, es ist halt Euro 5, ne? Was soll ich dazu sagen? Dann ist halt nichts mehr mit Sound und weiß ich nicht was. Aber, naja, was soll's. Was sage ich dazu? Na, was sage ich dazu? Ist ganz klar, was ich dazu sage. Also für mich, der Motor, absolut goldverdächtig. Der hat das verdient. Das ist ein tolles Aggregat. Ich muss sogar, ne, das sage ich gleich noch. Also, können wir stehen lassen. 400er Single. Der tut keinem weh, der kann aber beißen, der funktioniert, der fährt. Niedrige Drehzahlen, hohe Drehzahlen über das ganze Band hinweg. Also wirklich ein toller, toller Motor mit einer der Besten in dieser kleinen Größe. So viel bin ich da nicht gefahren. Aber macht auch meiner Meinung nach mehr Spaß als diese ganzen 48 PS A2 Zweizylinder-Motoren oder viele von diesen Motoren. Ich denke jetzt da an so eine Leoncino oder so. Hat mir der mehr Spaß gemacht. Muss man einfach mal so sagen. Genau, Top-Speed von dem Motor oder von dem Fahrzeug sind 160 kmh. Habe ich ausprobiert. Ja, kann man machen. Muss man ehrlicherweise aber auch nicht. Okay, also Gold sind wir fertig. So, kommen wir zum Fahrwerk. Wir haben einen Hybrid-Brücken-Perimeterrahmen, Stahlrohrverschraubter mit einem verschraubten Heckrahmen, Leichtmetall-Zwei-Armschwinge, Aluminium-Gussfelgen, 10 Speichen, 10 17 x 3 Zoll vorne und 10 Speichen, 17 x 4 Zoll hinten. Wir haben einen Vorderreifen mit 110 x 70 und einen Hinterreifen 150 x 60 R17. Wir haben eine 43 mm Big Piston Upside-Down-Gabel, Federweg 140 mm, gilt jetzt hier für die Speed. Wir haben Gasdruck-Zentralfederbein mit externen Ausgleichsbehältern und einstellbarer Federvorspannung, Federweg 130 mm an der Hinterachse. Wir haben eine starre 300 mm Bremsscheibe, 4-Korben-Festsattel ABS vorne und eine starre 230 mm Bremsscheibe-Schwimmsattel ABS hinten. Beides ist von Bybre, also von der indischen Brembo-Tochter. Ich glaube, das macht man auch nur, damit man jedes Mal sagen kann, das ist die Brembo-Tochter, damit es so klingt, als ob es von Brembo wäre. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, funktioniert, kann man benutzen, ist alles okay. Aber ist fast alles okay, kommt gleich noch was. So, wir sind 814 mm breit, Höhe ohne Spiegel 1084 mm, Sitzhöhe 790, also auch kein Problem. Für kleinere Passagiere, die können da wunderbar drauf sitzen. Radstand ist 1377 mm und Nachlauf von 102 mm. Tankvolumen 13 Liter, fahrfertiges Gewicht 170 Kilo, Serviceintervalle 16.000 km oder 12 Monate, je nachdem, was zuerst eintritt. Finde ich schon gut, 16.000 km für so einen kleinen Motor, schon beeindruckend. Die Frage ist, wer fährt in zwölf Monaten 16.000 km? Also ich glaube, dass das Risiko auch eher gering ist, was da von Triumph eingegangen wird. Die meisten werden wahrscheinlich mit 3.000, 4.000 km in die Jahresinspektion reinfahren, was ja nicht schlimm ist. Das Fahrzeug fährt super einfach. Also das lässt sich wirklich, egal ob du das über einen Lenker steuerst, der ist schön breit, oder ob du das über einen Körper machst. Das Moped fährt einen sauberen Strich. Das fährt im Prinzip so, wie du dir das vorstellst. Da, wo du hin willst, da fährt das auch hin. Man muss es nicht quälen, man muss es nicht drücken. Man muss einfach nur denken, wo man hinfährt und dann fährt es da auch hin. Das ist wirklich super handlich. Man kann extrem kleine Wendekreise drehen. Man hat nie das Gefühl, dadurch, dass die Maschine so leicht ist, was macht die jetzt, kippt die jetzt um oder keine Ahnung was. Also das ist wirklich super handlich. Das Ganze hat natürlich auch einen Nachteil. Auf der Autobahn ist mir das aufgefallen. Ich meine, das macht sowieso keiner. Aber wenn du da langknallst und so wie ich an dem Tag war es ein bisschen windig. Und dadurch, dass du so einen breiten Lenker hast, wenn dann der Wind an deinen Ärmeln angreift, bringst du Unruhe ins Fahrzeug. Und das sorgt natürlich dafür, dass bei hohen Geschwindigkeiten das ein bisschen unangenehmer wird, aber jetzt auch nicht gefährlich. Also es ist nicht gefährlich, so schnell zu fahren. Es macht schlicht und ergreifend keinen Spaß. Also würde ich einfach bei 120 da mal einen Punkt machen. Absolut unglaublich. Bei so einem Preis ist die Serienbereifung. Das Motorrad kommt serienmäßig auf Pirelli Diablo Rosso 3 Reifen. Ich bin absolut kein Reifenkenner. Aber letztendlich, muss ich ehrlich zugeben, ist mir das meistens ziemlich egal. Mit den Pirellis oder gerade mit dem Diablo Rosso, damals noch die Einser, glaube ich, keine Ahnung, habe ich meine persönlichen Erfahrungen. Weil die hatte ich damals auf der Aprilia, auf der Torno 1000. Und das hat mir unheimlich gut gefallen. Deswegen mag ich diese Pirelli Reifen grundsätzlich. Also ich habe die auf allen meinen Rollern drauf. Immer wenn es geht, packe ich irgendwie Pirelli Reifen drauf. Oder halt auch eben nicht, ich wollte es nur sagen, es ist ein sehr hochwertiger Reifen. Wir haben jetzt hier keinen Sun Young oder was weiß ich, was es da so alles gibt. Sondern es ist ein wirklich, wirklich extrem guter Reifen, der da drauf ist. Und das Ganze sorgt natürlich auch für ein Vertrauen in das Fahrzeug und für eine vernünftige Fahrbarkeit. Ich finde es sehr gut, dass Triumph an der Stelle jetzt nicht gespart hat und gesagt hat, wir kaufen jetzt den Reifen, der im EK 15 Euro billiger ist. Sondern wir bauen da einen richtig guten Reifen drauf. Finde ich beeindruckend. Finde ich wirklich toll. Witzigerweise hat das Motorrad auch eine Traktionskontrolle. Wo man sich denkt, okay, wofür brauche ich jetzt bei 40 PS eine Traktionskontrolle? Ich kann es euch sagen, die ist bei mir angegangen. Wo haben wir solche Situationen? Also so eine ganz klassische Geschichte. Du schlängelst dich so an den Autos vorbei, an die Linie, an der Ampel vorne. Ja, Böb! Was man nicht darf. Und dann ist meistens da, wo man steht, sind Steine und Kies und sowas. Und dann reißt du am Hahn auf und dann flupp, geht ein bisschen die Traktionskontrolle an. Oder aber man hat sonst ein bisschen Dreck auf der Straße. Oder, oder, oder. Also rein von der Power, ehrlicherweise, brauchst du es, glaube ich, nicht. Ich bin sie nicht im Regen gefahren, kann ich nicht beurteilen. Ist aber schön, drauf zu haben. Also nochmal, ich finde es einfach gut. Features, die drauf sind, sind drauf. Ob man die jetzt braucht oder nicht, ist eine andere Geschichte. Kann man jetzt aber auch nicht argumentieren, dass es das Motorrad irgendwie teurer oder schwerer macht. So, es ist dabei, es funktioniert. Finde ich großartig. Was nicht so schön ist, das muss man leider auch dazu sagen. Also ich bin die Maschine gefahren. Wir sind die zu zweit gefahren. Wir wollten eigentlich eine Tour machen. Und wir haben zu zweit, lasten wir dieses Motorrad komplett aus. Also wir kommen da an die Zuladungsgrenze der Maschine. Und wir haben das sein gelassen. Also wir sind diese Tour nicht gefahren. Also wir sind ein bisschen rumgefahren. Das geht alles. Allerdings muss man dazu sagen, dass man auf der Speed wirklich relativ beengt sitzt. Und zum Beispiel hatten wir das Problem, dass ich mit meinem linken Fuß gegen ihren Fuß gekommen bin, der auf der Soziusraste stand. Und wir mussten dann die Fußstellungen ändern, damit man da nicht irgendwie vielleicht sogar in gefährliche Situationen kommt. Das Motorrad sinkt sehr stark ein. Da hätte man wahrscheinlich die Vorspannung ein bisschen erhöhen können. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber so, ja, ich sage mal, wenn man so ein 40 Kilo Persönchen da hinten drauf hat oder 50 Kilo oder so, ist das sicherlich kein Problem. Für zwei Vollerwachsene, sage ich, geht das einfach. Es fährt einfach nicht schön, wenn man so da zusammen. Man hängt auch so ein bisschen da so aufeinander. Das Motorrad ist einfach nicht da. Es funktioniert. Also man kann das machen. Wir sind auch gefahren. Und das Brems und auch der Motor hat selbst für diese Vollauslastung noch genug Reserve. Also man kommt sich nicht wie ein Verkehrshindernis vor. Aber letztendlich so richtig Freude will da eigentlich keiner aufkommen. Ja, genau. Deswegen und ja, eigentlich nur deswegen, weil das Fahrwerk ist sonst eigentlich eine tolle Geschichte. Vor allem in der Preisklasse gibt es von mir kein Gold, sondern Silber. Das ist okay. Wie gesagt, ich würde wahrscheinlich die Scrambler 400X der Speed vorziehen. Die ist ein bisschen höher, die hat ein bisschen mehr Reserve. Ich glaube, dass man da einfach ein bisschen besser drauf sitzt. Werden wir aber ausprobieren. Zumindest, wenn wir nochmal ran dürfen. Genau. Nächster Punkt. Qualitätseindruck. Wie schon im Video beschrieben, wo wir um den, also in dem Teaser-Video beschrieben, macht die Triumph einen wirklich guten Eindruck. Also alles ist wunderbar verarbeitet. Du hast dieses Speed-Relief, was da so auf der Seite ist. Du hast überlackierte Aufkleber. Du hast, was soll ich sagen, also an allen Ecken und Enden fühlt sich das Motorrad einfach gut an. Ja, an der einen oder anderen Stelle wurde Plastik verwendet. Und auch ja, man sieht an der einen oder anderen Stelle, dass es vielleicht eine etwas günstigere Komponentenwahl war als jetzt bei einer 1200er. Aber es ist nie schlecht. Es ist nie billig. Man hat nie das Gefühl, auf einem billigen Fahrzeug zu sitzen. Und das ist das, worauf es ankommt. Jeder von uns kennt das. Man setzt sich auf so eine Maschine drauf. Und der erste Eindruck ist so, puh, okay, Beispiel, nehmt es mir nicht übel, setzt euch mal auf eine Mesh zum Beispiel, eine Mesh Classic war das, glaube ich. Das fühlt sich einfach an wie China, OEM, Geraffel, keine Ahnung. Das hier ist eine ganz andere Hausnummer. Also das fasst sich wirklich, wirklich gut an. Wir haben diese Big Piston Fog in Gold, was ich sowieso immer abfeiere. Ich finde, das sieht total schön aus. Wir haben einen Tankdeckel, der ist aus Metall. Der ist groß. Der ist schwer. Der ist schön. Den macht man gerne auf, um da Benzin reinzutun. Wirklich alles toll. Wirklich alles klasse. Alles peak fein verarbeitet. Das einzige Problem, was wir hatten tatsächlich, und das war nicht so schön, die Vorderrad beim Saat gequietscht. So beim auf die Ampel zurollen. Ja, ich weiß nicht. So, wahrscheinlich ist es da, wie geht das, mit Kupferpaste oder so, hinter die Pads. Hätte man einfach machen können oder macht man wahrscheinlich dann auch. Aber das war so ein bisschen, ich hasse das. Du fährst so, es ist viel los und du fährst an die Ampel ran und dann quietscht es so. Und die Leute gucken schon so mitleidig auf dein Motorrad rüber und dann denken die aber, naja, der fährt ja so eine 60 Jahre alte Maschine, da kann das schon mal passieren. Weil es sieht auch ein bisschen aus wie ein Oldtimer. Retro pur. Naja. Okay, also alles nichts Dramatisches. Das mit der Bremse wird man sicherlich in den Griff kriegen. So sieht alles wirklich sauber verarbeitet aus. Deswegen gibt es an der Stelle von mir wieder mal ein Gold. Gut. Nächstes Thema. Technische Features. Ist für so ein kleines Moped eigentlich tatsächlich relativ viel drauf. Also wir haben ein ABS, wir haben eine Traktionskontrolle, wir haben einen analogen Drehzahlmesser und ein LC-Display mit einer Tankuhr. Das muss man mal dazu sagen, weil meine KTM hat keine Tankuhr, die hat einfach nur ein Licht. Das geht an und sagt, jetzt ist der Tank leer. So, jetzt fahr zur Tankstelle. War ich gar nicht mehr gewöhnt. Hier hast du eine Tankuhr drauf, ist ganz schön. Dann kann man über einen Knopf noch die Mode, also gibt es noch einen Mode-Knopf, da kann man die klassischen Sachen einstellen. Also Odometer, also Gesamtkilometer, Zähler, Trip 1, Trip 2. Und dann kommt man zu einem Feld, das nennt sich TT-Con. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Ich habe gedacht, dass das vielleicht für eine Connectivity ist von Triumph. Ich wüsste nicht, was man auf so einem LC-Display so eine konnektivieren möchte. Aber okay, vielleicht kommt da noch was. Ich weiß es nicht. Laut Internetinformationen hat das Fahrzeug kein Bluetooth. Aber wer weiß, vielleicht ist da schon mal was vorgerüstet. Was witzig ist, es gibt eine USB-Steckdose direkt oben an der Lampe. Das heißt, man hat auch Strom für sein Handy, für sein Navi oder für seine GoPro oder was auch immer. Finde ich immer total toll, wenn man das dabei hat. Muss man das nicht nachrüsten, weil heutzutage hat eigentlich jeder sein Handy oder irgendein technisches Gerät an diesen Lenker dran geschraubt. Ja. Gut, das war es auch. Gibt keine Riding-Modes oder sonst irgendwas. Deswegen ein bisschen, ja nicht schlimm, ne? Aber andere haben mehr, kosten aber auch mehr. Trotzdem gibt es dafür ein Silber von mir. Aber ein sehr gutes Silber plus. Sehr schön. Gesamtergebnis. Macht das Spaß? Ja, das macht richtig Spaß. Muss man wirklich sagen. Ich bin das Motorrad jetzt zwei Tage gefahren, was relativ viel ist. Es gibt auch ein paar Berichte, da fahre ich das Motorrad nur eine Stunde oder eine halbe Stunde oder so. Und kann nur so einen Ersteindruck geben, jetzt bin ich relativ viel gefahren. Und muss ganz ehrlich sagen, das hat richtig Bock gemacht. Es hat richtig Spaß gemacht. Und ich muss auch sagen, dass ich möglicherweise eventuell, wenn es dieses Motorrad im Herbst letzten Jahres schon gegeben hätte, dann hätte ich eventuell das gekauft und nicht die KTM. Weil die Parameter stimmen auch. Das Motorrad ist leicht genug für das, was es tun soll. Es passen zwei Personen drauf. Zumindest hätte ich das bei der Scrambler so gesehen. Bei der Speed vielleicht jetzt nicht. Aber so von der ganzen Charakteristik, Preis etc. ist es einfach unschlagbar. Weil ich habe nicht viel weniger bezahlt für meine zehn Jahre alte KTM. Klar, die hat 68 PS. Die geht auch besser. Das ist alles nicht unbedingt zu vergleichen. Nur für das, was wir damit eigentlich machen wollen, hätte es die Scrambler wahrscheinlich auch getan. Und ich ärgere mich nicht, weil ich habe Spaß mit der KTM. Aber das ist ein wirklich erwachsenes Motorrad, wo man viel, viel Spaß mit haben kann. Wo man natürlich, also bei uns, wer das nicht verfolgt hat, wir haben halt einen Wohnwagen, der für den Motorradtransport umgebaut ist. Und dafür haben wir ein kleines Motorrad gesucht. Und das ist jetzt die KTM geworden. Aber genau für sowas würde auch die Speed 400 gehen. Und das passt sicherlich auch in die eine oder andere Garage von einem Wohnmobil rein. Also wenn ihr Bock auf sowas habt, bevor ihr euch so einen Elektro-Eimer kauft. Entschuldigung, kann auch Spaß machen. Aber okay, schaut doch mal bei Triumph vorbei. Schaut doch mal bei Triumph Bonn vorbei, wenn ihr wollt. Ich blende es hier unten nochmal kurz ein. Ist ein tolles Moped. Also wirklich, hat richtig Spaß gemacht. Für wen ist das was? Menschen, die ohne Statusdenken auskommen. Man muss immer so sagen, ich habe mich mal mit einem BMW-Händler unterhalten, der sagt, oder ich habe es irgendwo gelesen, ich weiß gar nicht mehr. Für die meisten Kunden, die hier reinkommen, wäre die 800er das beste Motorrad. Aber alle wollen die 1200er haben. Kenne ich, bin ich selber manchmal in der Richtung, dass ich sage, okay, ich will aber unbedingt das größte, stärkste, schnellste haben. Muss aber nicht sein. Muss nicht sein. Wenn man sagt, ich brauche das alles nicht. Ich muss keinem mehr irgendwas beweisen. Ich will einfach nur Spaß haben. Ich will einfach nur durch die Gegend. Tuckern ist das falsche Wort. Ich kann tuckern damit. Ich kann aber auch richtig angasen. Und das, was ich immer wieder sage zu diesen ganzen kleinen Motorrädern oder diesen kleineren Motorrädern mit dieser vergleichsweise geringen Leistung, der Spaß ist ja der, dass man die richtig drehen kann, dass man die richtig ausquirlen kann. Das ist ja diese Problematik, die man mit diesen ganzen hochmotorisierten Mopeds halt hat. Dreh doch mal eine S1000XR. Dreh die mal aus. Die fährt im ersten Gang, glaube ich, über 100. Ich weiß es nicht genau. Aber die ist so, so schnell, so schnell, dass halt entweder Führerschein los ist oder was Schlimmeres passiert. Keine Ahnung. Und diese Maschinen, diese kleinen Mopeds, deswegen sind die auch, glaube ich, so beliebt. Neben den Kosten und neben dem Gewicht. Ist einfach, dass du die richtig schön ausquirlen kannst. Und das ist jemand, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Oder dafür passt das. Für wen ist das? Wir sind ja hier. Ich komme schon wieder vom Höllchen auf Stöckchen. Für wen ist das was? So, solche Leute. Oder aber die eine Alternative zum Rollersuchen, die keinen Bock haben, Roller zu fahren, die damit pendeln müssen, commuten müssen, die damit durch die Stadt fahren. Wunderbar, windelweich, zack, 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 zack. Kannst du dich durch die Autoschlangen durchwuseln. Das funktioniert wirklich einwandfrei. Und am Wochenende fährst du damit trotzdem deine Tour. Also, für wen ist das nix? Wer häufiger mit Sozia unterwegs ist, ganz klar, dafür ist das Motorrad einfach nicht gedacht oder nicht gebaut. Oder ich plus Sozia sind dafür nicht gebaut. Man muss ja die Problematik nicht immer beim Fahrzeug suchen. Wer längere Etappen auf der Autobahn unterwegs ist, ich meine, das geht sicherlich. Aber da jetzt so konstant 150 für zwei Stunden auf der Autobahn zu fahren, würde ich jetzt auch nicht machen wollen, weil es einfach unkomfortabel ist. Der Wind hat viel Angriffsfläche. Es gibt keinen Windschutz. Und durch den breiten Lenker kommt viel Unruhe ins Fahrwerk rein. Würde ich nicht machen. Da sollte man sich vielleicht doch ein bisschen was Größeres holen. Und es gibt ja das Ganze quasi ja auch noch in der 900er und in der 1200er Version. Und dann kann man genau das kaufen, was man eigentlich möchte. Das mangelnde Prestige der 400er habe ich schon angesprochen. Also, wer da Wert drauf legt, wer sagt so, nee, ich muss aber hier, so, ich fahre nur die dicksten Maschinen. Ja, dann kauft sie euch. Würde ich wahrscheinlich dann auch machen. So, aber man muss es nicht. Ich lasse das jetzt mal ganz wertfrei hier stehen. Witzig in dem Zusammenhang ist aber, das darf man auch nicht vergessen, ich habe mal einen Passanten gefragt die letzten Tage, was er denn schätzt, was dieses Speed 400, was dieses Motorrad denn kostet. Völlig unbedarft. Keine Ahnung von Motorrädern. Einfach nur, er sieht das, was kostet dieses Motorrad. Und ich habe als Antwort bekommen, ja, ich schätze mal so um die 15.000 Euro. Kann man auch mal drüber nachdenken. So, Gesamtergebnis relativ einfach. Ich habe schon, ich finde das einfach geil. Gibt es ein Gold von mir. Wie immer, total subjektiv. Kann man hin und her diskutieren, wie man es möchte. Ich finde es geil. Ich finde es super. Und ich freue mich, dass es noch mehr solche Moupetten gibt. Da ist ja schon wieder ein bisschen was am Horizont unterwegs. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut mal bei mir im Shop vorbei. Da gibt es hier solche schönen Sachen. Gebt mir mal einen Kaffee aus. Buy mir a coffee. Den Link findet ihr auch unter meinem Video. Würde ich mich auch drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche allen eine super schöne Saison. Fahrt vorsichtig und bis dann. Ciao.